So, jetzt haben wir Goten, wir fangen gleich an mit Super Cycle, wir haben 4 Fusionen. Oha, die treffen sich nicht mal. Der hat tatsächlich nix auf der hinteren Tasse, das ist ja schade. Die älteren Spiele spiele ich immer gerne mit englischer Synchro, die neuen lieber mit der japanischen, keine Ahnung warum. Und dann wechseln wir. Also was immer schade ist, dass man, was ziemlich schade ist, ist, dass man ein Ding ist gegen Bums. Immer wechseln muss und, also dass man die Attacken, wie bei Burst Limit zum Beispiel oder bei Shimbudukai, da kannst du die einfach so einstellen im Menü. Und vor allem, das ist ja auch immer nervig, dass man das hier immer extra ausschalten muss. Aber wie gesagt, das ist nur Heulen auf höchstem Niveau. Gucken, ob das jetzt auch irgendwie anders aussieht. Ah ok, jetzt einfach nur ganz normal Gugeta. Aber ich finde die Attacken hier vom Gugeta sehr gut gemacht. Sehr gut, von mir aus kann in Zukunft auch mal irgendwie so ein Burukai 4 oder so rauskommen. Da werde ich auf jeden Fall auch ganz fein mit. Warte, wir können jetzt nochmal ganz schnell die Fusion verkacken. Da bin ich. Das ist so cool gemacht. Also das, doch das ist cool. Ich meine, er kann nicht viel, aber ist ja trotzdem super. Warum ich jetzt Begetto bei dir zeige, ist folgendes. Begetto sieht genauso aus wie der mit den normalen Goku. Das ist Quark. So, das haben wir hier. Alles. Mal sehen, was der für Verwandlung hat. Hier nochmal das Beside. Beside 2. Okay, ändert sich nichts außer die Aura. Und dann haben wir ja noch die... Das ist auch cool. Das ist... Wie wir das gelöst haben mit der Genki Dame und Super Saiyan. ganz cool. Und dann haben wir ja noch die Buzz Mode. Der hat dann auch mal eine spezielle Attacke. Das ist auch gut. Dann haben wir natürlich noch, was ich vergessen habe, die gute alte Spirit Bomb. Dieses Spiel mit noch circa mehr Attacken, für Goku zum Beispiel, der kannte ja die kleine Genki-Dama, die mittlere Genki-Dama, die Bu-Saga-Genki-Dama, war das ja schon geil. Hier haben wir ja wirklich nur die Bu-Saga-Genki. Ja, das war Goten.